Die Männer, die gestern sind, Kat-Filler-Sperger, dem Punkt-Marie, dem Eva Hochkörner und dem Staatsanwizier Florian Berling. Die Jahre des Kindertrinsen, ein dreifaches Kat-Filler, 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 unser Kinderfest 2013, Jonas der Erste, Jonas Kaufmann. Ja, Jonas hat sich riesig auf diese Tage gefreut, ganz viele Freunde heute eingeladen, aus dem Skolskolverein, aus der Schulflasche, die Familie, aus Na und Fern sind sie angekommen. So, ich wünsche allen einen wunderschönen Nachmittag und ich übergebe das Mikrofon. Jonas ist ein echter Kat-Filler, er ist neun Jahre alt. Sein größter Wunsch war es, einmal ein Kinderpilz von Attenburg zu werden. Kinderkarneval, in Attenburg, und so feiern wir den Fritz-Ritz-Floon. Kinderkarneval, in Attenburg, in Attenburg, und so feiern wir den Fritz-Ritz-Floon. Das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding. Das ist ein Ding, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding, das ist ein Ding. Das ist ein Ding.